Dessen saß ich in diesem langweiligen Büroquadrat mit einem Berg von Papierkram und einem unbequemen Stuhl. Ab und zu durfte ich meinen Platz verlassen, aber wir wurden dazu angehalten, alle Probleme mit Worten zu lösen. Nicht mit Fäusten. Was wusste ich schon vom Umgang mit Worten? Das war überhaupt nicht mein Stil. Was für ein Blödsinn. Wäre da nicht der regelmäßige Gehaltscheck gewesen, wäre ich schon längst abgehauen. Nun, der Gehaltscheck und die Chance, Garrett den nervigsten Friedenswächter der magischen Behörde zu quälen. Allein aus Missgunst musste ich die beste Agentin der Behörde werden und ihm meine Erfolge unter die Nase reiben. Ich brauchte einfach diese Chance. Wer wurde geköpft? fragte ich und beobachtete Clarissa auf Anzeichen einer Lüge. Sie war sehr gerissen, wenn sie wollte, dass jemand anderes ihre Arbeit erledigte. Eine ältere männliche Hexe. Die menschliche Polizei am Tatort hat vermutet, es könnte mit einem Schwert passiert sein. Was noch? Sie zögerte. Was meinst du? Was hat der Fall sonst noch zu bieten? Ein Angriff mit einem Schwert ist ziemlich lahm. Wurde das Opfer mit einem Haken im Bauchnabel über einem Kessel aufgehängt, in dem ein Zaubertrank gebrodelt hat oder so? Dinge, die ich in den zwei Monaten in diesem Job über mich gelernt hatte, ich wurde richtig grausam, wenn mir langweilig war. Oder ist der Angreifer vielleicht noch irgendwo vor Ort und wartet darauf, wieder zuzuschlagen? Fuhr ich fort. Das wäre aufregend. Psycho. Die Stimme meines nervigen Kollegen Garrett drang durch die graue Aufstellwand, die unsere Schreibtische trennte. Es war dem furchtbaren Humor meines Chefs Käpt'n Lox zu verdanken, dass unsere Schreibtische so nah beieinander standen. Meine Hände ballten sich zu Fäusten, obwohl ich mich bemühte, ruhig zu bleiben. Ich habe nicht mit dir geredet, Garrett. Gut, ich will nicht, dass deine Verrücktheit auf mich abfärbt, sagte er mit lauter Stimme. Jemand im Großraumbüro kicherte. Du solltest einfach abhauen. Solche wie dich brauchen wir hier nicht. Und wie sind solche wie ich, Garrett? Kompetent? Sie sind verschossene Vampire. Du solltest zurück auf die Straße gehen, wo du hingehörst. Ich bin nicht verschossen in einen Vampir, du Esel. Ich werde von den Viechern gestalkt. Nicht meine Schuld. Klar, du Freak. Eines Tages, Garrett, sagte ich und klopfte gegen die Wand. Eines Tages wird dich nicht diese Trennwand schützen. Hast du eigentlich meinen Rat befolgt und angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen? Ich mache mir echt Sorgen um dich. Eine falsche Bewegung und ein Bein könnte brechen. Ein paar Muskeln aufbauen würde schon helfen. Du solltest das mal ausprobieren. Ich mache Sport oder hat dir niemand gesagt, wer hier der Beste ist? Wie dem auch sei, sagte Clarissa mit leicht zitternder Stimme. Unsere Kollegen wurden immer ein wenig nervös, wenn Garrett und ich...